Herzlich Willkommen. Mein Name ist Alexander Jokisch. Wir sind heute in der Filiale Landsberg am Lech und ich darf Sie heute in die Welt der Werkstatt Ausrüstungen führen. Hier haben wir zum Beispiel Klima-Service-Geräte von der Firma Texa Deutschland, unter anderem jetzt auch schon die neue Serie, die Comfort Touch mit Touchscreen, aber natürlich auch die komplette Range, die die Firma Texa anbietet und die wir auch vertreiben. Unter anderem haben wir natürlich auch diverse andere Geräte für die Werkstatt Ausrüstung, zum Beispiel hier ein Automatikgetriebespülgerät der Firma ATF Evolution bzw. ProTec, das wir mittlerweile auch sehr oft mit sehr viel Erfolg verkauft haben und das in den Werkstätten auch super funktioniert. Ein sehr starker Partner von uns ist die Firma Ravaglioli, wo wir Achsvermessungen anbieten, in dem Fall zum Beispiel auch eine sehr komfortable und schnelle Lösung als Wifi-Variante. Wir haben natürlich auch die Hebetechnik der Firma Ravaglioli, hier sieht man auch verschiedene Ausführungen, verschiedene Höhen von den Tragarmen und so weiter und natürlich auch für die großen Fahrzeuge bieten wir auch die Lösung an. Eines unserer Kerngeschäfte ist die Diagnosetechnik. Hierfür haben wir sehr starke Partner Heller-Gutmann und Texa Deutschland. Hier haben wir zum Beispiel einen, den allerneuesten MegaMax X von Heller-Gutmann, den wir mittlerweile sehr, sehr oft platziert haben in der Werkstatt. Und mit diesen Partnern haben wir auch die speziellen Lösungen, die in der Werkstatt definitiv gebraucht werden. Hier haben wir noch ein spezielles Gerät von Texa Deutschland, der nennt sich AirTour Sun. Das ist ein Desinfektionsgerät, ursprünglich entwickelt für Fahrzeuge, zum Beispiel Taxi oder Busunternehmen, die aufgrund von Covid-19 hier die Desinfektion nachweisen müssen. Das Besondere an dem Gerät ist, es ist ein Ozone-Gerät, läuft aber ohne Chemie und man bekommt auch einen Nachweis, einen Ausdruck, dass die Desinfektion durchgeführt worden ist, was natürlich von dem Gesetzgeber auch gefordert wurde. Natürlich bieten wir auch Radmontier- und Wuchtmaschinen, speziell jetzt hier auch von Ravagioni an. Hier zum Beispiel eine Center-Lock-Maschine, die mittlerweile Standard geworden ist, weil aufgrund von UHP und Run-Flat-Reifen wird die Montage immer schwieriger und das ist mit dieser Maschine natürlich eigentlich ein Kinderspiel. Wir planen für Sie entweder die Ausstattung der kompletten Werkstatt oder den Tausch einzelner Geräte und bieten Ihnen den Service und die Installation an. Generell bin ich der Ansprechpartner für die Werkstattausrüstung bei der Firma Konrad. Mein Name ist Alexander Jokisch. Besuchen Sie mich gerne auf der Webpage www.konrad-autoteile.de, Werkstattausrüstung und kontaktieren Sie mich. Mitarbeitende Einnerin Bürg félle Aufstattung Das Er annat Spannende bes A Vi entreg